Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du eine improvisierte Spitzhacke aus Holz herstellen kannst. Und zwar öffnest du mit Tab einmal das Menü, gehst dann hier ins Crafting Menü und dann findest du hier einmal die Spitzhacke aus Holz. Und dafür brauchen wir ein Branch, 7 Wooden Sticks und 5 Plant Fibers. Ich habe schon ein paar Büsche gesammelt, mir fehlen jetzt also nur noch 2 Plant Fibers, also machen wir uns auf den Weg zu den nächsten Büschen und schauen mal, ob wir Glück haben. Und zwar sammeln wir die mit E ein und ja, wie du schon siehst, das meiste, was man bekommt, sind Wooden Sticks, aber einfach nicht aufgeben, immer weiter sammeln. Irgendwann hat man Glück, da war schon mal ein Plant Fibers und da ist schon der zweite. Dann können wir jetzt ins Crafting Menü gehen und sehen, jetzt ist es grün hinterlegt und jetzt können wir einmal auf Craft One klicken und schon wird es herbestellt. Und es landet natürlich in unserem Inventar und wir können es dann mit rüberziehen und hier einmal einfügen. Jetzt können wir uns den nächsten Stein suchen und können unsere neue Spitzhacke gleich mal ausprobieren. Und zwar müssen wir jetzt die linke Maustaste gedrückt halten und schon wird drauf losgehackt. Im Menü sehen wir jetzt, wir haben jetzt Steine, Metallohre und Sulfoohre eingesammelt. Und so schnell haben wir uns eine Spitzhacke hergestellt. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!